Okay, hier muss ich hin, Dorf, Markierung platzieren, Dorf wird angegriffen, erreiche das Dorf, hier auf der Map sehe ich das oben, let's go, ich habe irgendwie von meinem Gaul absteigen, ich glaube nicht, aber, aber, Kaktus, äh, Kaktus, voll der Kaktus, yo, schnell, okay, Piglins, yo, das heißt, wir, machen uns erstmal die Viecher hier, so, komm her, und du auch, ja, chill mal, ab dafür, Reiner, bei euch, ab nach da, back with the Piglin, auf sie, Junge, 360, okay, wir können, easy, ja, echt abgepanziert, der Dorf, das ist jetzt golden, okay, warte mal, bau, eine, zwei, 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 drei, 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 packen wir die hier hin, so, los, Minions, baut, ähm, achso, nahe am Lichtstrahl, perfekt, hätte ich da mal besser gelesen, stopp, auf, wisst ihr was, Digga, die packen jetzt einfach hier mitten rein, so, wollt schon sagen, okay, 5% aufgebaut, noch nur, erreicht das Dorf, das angegriffen wird, boah, da ist ein Tiger, Reit, hier wechseln, oh mein Gott, Reit, hier freigeschaltet, yo, ich hab jetzt einen Tiger, wird der auch irgendwie schneller, wait, mir folgt, achso, das Pferd folgt mir jetzt auch noch, hä, ein Lama folgt mir, wait, kann ich hier fremde Viecher einfach rekrutieren, hä, wie geil, let's up, hier ist Redstone scheinbar, aber das kann ich noch nicht abbauen, oder? nee, wir bleiben aber weiterhin auf unserem tollen Tiger, oh Gott, oh Gott, überall Dornen, oh Gott, noch mehr Dornen, komm mit Katze, okay, komm nicht mit Katze, was ist hier? ah, Pilze machen mich schneller scheinbar, aua, 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 wait, Gift, das sind giftige, äh, Dengar scheinbar, yo, wie hoch, okay, Dschungel ist wild, mein Tiger ist jetzt auf einmal high, so, das nächste Dorf muss verteidigt werden, oh, ist da in der Kiste was drin, hau, Lapis in der Kiste, na toll, oi, da sind auch größere Dirts, okay, Angriff, easy, 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 I think another attack is on the way, better build up some defenses, while there is still time, okay, wie mache ich das jetzt am besten, ähm, um das Dorf herum bauen wir jetzt hier Defense, chill mal, hey, sie macht voll den Stress, okay, okay, ich habe keine Ressourcen mehr, das ist jetzt dann auch ein bisschen das Problemchen, ähm, blaßen, okay, ich, ich darf nicht mehr blaßen, ich habe überall Wände jetzt außer, äh, ja, hier drüben, und da, von da kommen die auch, da habe ich alle da, alles klar, auf sie, oh ja, von da hinten, alles klar, ich habe da kein Tor eingebaut, egal, wir laufen außen rum, und jetzt, auf sie, nice, okay, okay, neue Banner, neue Banner, okay, von hier kommen ein paar, auf sie, und dort drüben, und hinter uns, okay, wir machen erstmal die hier weg, weil die näher sind, die Attack ist over, aber einige Pidels bleiben, ne, ne, okay, nice, easy, wusste ich auch, ja, komm, ist ja zwar ein bisschen kacke, das Tor hier hinzubauen, aber, I guess, was soll's, so, ich hoffe mal, das reicht jetzt hier, von der Dingens her, okay, wir haben jetzt direkt, neben diese Gebäude, die Tür, aber, komm, was soll's, wir haben es komplett eingemauert, das Dorf hier, zerstört die drei Pickeln, Außenposten, die hier, ich würde sagen, wir fangen bei dem äußersten an, das macht glaube ich am meisten Sinn, okay, das ist scheinbar hier ein Außenposten, yo, der Fall, okay, ähm, okay, okay, wie machen wir das jetzt am besten, wir gehen aus Schwert, wir haben eigentlich schon 20 von jedem, das heißt, wir brauchen keine neuen Beschwerden, und, ich würde sagen, nein, adios, okay, die machen ganz schnell die Fallen hier kaputt, nice, machen derzeit die Pickeln, weg, aber wie viel leben die auch, hä, hä, gut, aber, bitte, okay, weiter, okay, nice, so, auf, auf sie mit Gebrüll, hätt ich da auch mit drauf, aua, okay, jetzt noch auf das letzte, Jungs, let's go, oh, rückzug, was, ah, okay, kann es sehen, oh, ein Mini-Creeper, ich hätte dann auch eine Mini-Creeper, okay, das wäre schon mal der erste Außenposten, Lohnruten-Türme, okay, die Schiele, ich scheibe mich scheinbar, ab, okay, das heißt, ich snipe uns hier ab, die Lohntürme, das heißt, wir schnetzeln erstmal alle Pickeln hier außerweg, dann muss ich mir irgendwie einen Weg suchen, das heißt, sie geht jetzt erstmal auf den Turm hier, da, let's go, rein hier, weg mit dem Pickeln, ihr geht auf den Turm, ich verteidige euch, okay, let's go, nächster Turm, kommt her, Golems, und auf die Maschine hier, hey, Pickeln, du asit, nice, hier kommt alles schön wieder her, Jungs, ein Outpost noch, nice, Klaus, Digga, ne dicke Fässerung auch noch, aber, aber, ich dachte, ich darf hier nichts bauen, okay, abgesehen davon, dass hier sowieso schon ein, ein kleiner Weg gewesen wäre, ja, genau, mach mal, mach das Tor hier kaputt, okay, es scheint so, als wäre das, das denn dann das einzige, Hindernis, okay, ne, hier rechts ist das so ein Teil, ja, aber guck mal, wieso geht das jetzt hier nicht kaputt, gewillt euch mal ein bisschen, ihr Viecher, gleich kommt die Pickeln raus, okay, let's go, alter, sind hier viele, gut, wenn jetzt alle hier ran, let's go, okay, let's go, und auch das letzte jetzt, Angriff, ich weiß ja auch noch nicht, ob ich den überhaupt Damage mache, tja, nice, nice, oh, da ist wieder der Mini-Creeper, oh, und Mr. Skelett, mit Helm, sind die scheinbar auch, auch, auch auf unserer Seite, tja, wie sind sie sich noch freuen, die ganzen Golem, wie sie da so formatiert entstanden, ne, wie cool, okay, das heißt, ich muss jetzt wieder, hier zurück, okay, ich hab mich gar nicht einfach hinterbillt, hm, neue Geg, äh, neue Gegner, neue Golem, oder wie sieht's aus, oh mein Gott, damit kann ich bestimmt, Wasser zu Obi machen, so über, riesen Brücken laufen, das sind sogar, zwei Stück direkt, Moos und Schleifsteingohle, sehr nett, Liederbuch, das ist, wo alle wunderschönen Melodien, die du lernst, werden kappt, Eisen sammeln, jetzt, gehst du an und schalte sie hin, die kann ich jetzt einfach hier hin bauen, ich gues, ah, okay, okay, ich pack das jetzt einfach mehr hier ins Eck, weil scheinbar kann ich ja mehr davon bauen, okay, das war bis jetzt auch nur das einzige, was ich bauen kann, okay, jetzt kann ich Iron bauen, und dann kann ich hier die restlichen Stationen bauen, ich würde tatsächlich mal sagen, weil das ja meine Hauptbasis, baue ich jetzt auch erstmal, von jedem hier ein was hin, es gibt noch weitere Verbesserungsstationen, wie, hier, ich hab's gerade gesehen, Redstone bauen, Diamant, und Kohle, ja, ich hab ja schon mitbekommen, und hier gibt's auch was neues, Brunnenhaus, Steinmetzhütte, also die Steinmetzhütte, die könnte ich bestimmen, 200 Eisen, okay, das ist auch sehr krass, alles klar, was, yo, ich würde sagen, wir gehen in den Angriff, wir gehen in den, ey, hör auf zu brennen, jetzt werde ich jetzt diesen Turm anvisieren, Angriff, okay, ich halte derzeit die Viecher hier ab, die halten viel aus, okay, und jetzt, oh, falsche Taste, jetzt greift ihr an, okay, jetzt noch ein bisschen, oh Gott, viele, und die halten schon echt gut was aus, okay, der nächste Turm ist kaputt, Käfig öffnen, ähm, Aua, befreien die, äh, Hasen, okay, meine Krieger, machen wir wieder weiter, ich befreie derzeit die restlichen, Tiere hier oben, hm, irgendwie, au, okay, doch nicht, okay, sie wurden automatisch befreit, okay, jo, mhm, 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 alles klar, okay, okay, das ist scheinbar hier die, Hauptphase, mit nem Ender Crystal, I guess, End Crystal, jo, haben wir einfach die Sonne eingenommen, okay, hier ist scheinbar dieses riesige Leuchtfeuerding, bau ein Brunnenhaus, ah, und da kann ich dann, wieder hin, wenn ich, wo bauen wir denn das Brunnenhaus hin am besten, am besten, kurz vor den hier in der Base, okay, die ist schon hier direkt die Base, das heißt, okay, es schwebt jetzt ein bisschen in der Luft, aber ist okay, haha, na, was bist du denn? Piss dich mal, aha, yo, hä, was wollt ihr hier? so, bereitet sich auf den Kampf vor, auf geht's, ja, hä, was kommt jetzt, eine Cutscene? okay, man kommt scheinbar immer wieder Viecher raus, ich muss es bestimmt kaputt machen, okay, wir haben Hilfe scheinbar, von Nachtkreaturen, Creeper und Skelette, und Villager, let's go, denn es ist alle meine, okay, aber ich kann teilweise nur 25 mitnehmen, dann würde ich sagen, macht euch bereit, Attacke! meint ihr, meint ihr, ich sollte instant aufs Leatherportal gehen? ich nehme jetzt erstmal hier den großen Schwung, und ihr geht auf den Turm, so, ganz Golem hier, ihr kommt mit, ihr geht auf den Turm, da ist ein großer Boss, ich brauche mehr, brauche die ganze Skelette hier, komm mit Skelette, ich brauche euch, Attacke! Angriff auf den riesen Golem hier, Aua, oh wait, okay, da ist noch ein riesiger, okay, wir gehen doch aufs Portal, stoppt alle, aufs Portal, mein Gott, da sind viele, was sind das für riesige Viecher? Yo, auf das Portal, Jungs, los, let's go, komm schon, yo, was ist er denn? okay, ich bin, ich bin fast, ich bin tatsächlich fast tot, oh, ich bin sogar gestorben einfach, yo, ah, ich habe diese Falle nicht gesehen, 5% nur noch, das sollten wir jetzt easy schaffen eigentlich, Angriff jetzt, Angriff, Angriff, ja, let's go, ja, weg damit, weg mit dem Portal, let's go, so, lasst unseren Mond in Ruhe, wir haben den Tag gerettet, das gefällt ihnen jetzt nicht so, ne, ja, genau, soll ich das eigentlich sein? Jo, der arme, der hat doch nur die Nachtsicht übergeben, wird er jetzt von denen rumgehauen, let's go, das ist geschafft, aha, yo, okay, was ist hier los? ah, okay, das heißt, wir reisen hier schnell hin, und machen uns jetzt auf den Weg, hier hin, denn die Dorftruhe ist voll, und es scheint so aus, wird es ja bald einen Angriff geben, und da ist das Dorf, was Hilfe braucht, komm, kann die Steinbezüte irgendwas? Nein, die kann ich sowieso nicht bauen, dieses Dorf wird heute Nacht angegriffen, okay, dann würde ich sagen, werden jetzt erstmal Defenses, Defenses, gebaut, Tor, bam, jetzt haben wir eine komplette Mauer, was wir jetzt aber machen können, ist auf jeden Fall, was können die Golems, ähm, schnell auflandet, die Feinde betäuben, Fernkampfkreaturen, was könnt ihr? Debuffs beseitigen, und heilen können, okay, dann holen wir, wir sagen, wir bauen hier einfach mal alles hin, so und jetzt, stellt euch auf, Formation, wilde Formation, aber, lass ich so durchgehen, wir sind bereit, wann geht die Sonne unter? Ich seh keine Sonne, okay, ähm, warte mal, was macht das nochmal? Möglichst sammeln, geistern, sammeln von Redstone, also Redstone wär schon cool, Dias auch, Kohle, mittlerweile kann ich hier schnell reisen, oder? Weil dann würde ich nochmal zurückgehen, und das schnell aufbauen, das andere. Ich hab gehört, dass wir mal keine tolle Pfeilfallen bauen, also, packen wir hier hin, Redstone, Ding, Redstone entdeckt, das können wir jetzt auch abbauen, hab ich jetzt auch schon in meinem Handbuch, oh ja, Redstone-Werfer wirft Sprengstoff auf Zielgebiet, okay, das ist schon mal nice, aber das ist Kriegstrommel, erhöht die Feuergeschwindigkeit vom Pfeiltürm, das wäre auch cool, okay, das braucht 200 für die Trommel, das heißt, wir bauen erstmal, boah, was die für eine Range hat, okay, wo bauen wir die hin? Am besten weit, weit weg von der Tür, die Tür ist da vorne, da wird das jetzt eben hier hingeklatscht, so, und Redstone können wir auch nicht mehr mitnehmen als 150, das heißt, wir können die Trommel sowieso nicht bauen, so, wir zielen vor die Eingangstür, oh, wait, schießt er jetzt dauerhaft hin? Ah, er kühlt ab, okay, 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 ist okay, weißt du was, ich baue jetzt so eine Zimmermannswütte hin, ähm, repariert nahegelegenen, oh, let's go, und hier drüben aber auch nochmal, ah, da wird sogar die andere angezeigt, ja, dann mach ich das doch gleich mal so, ja, komm, wenn wir schon mal das ganze Zeug dafür haben, ja, ups, Mist, Digga, he, okay, äh, äh, Piglins greifen an, okay, Ziel bestätigen, wir greifen hier unsere Mauer an, A village is under attack, which one, where, ja, okay, wie kommen wir hier am besten rüber, ich hätte noch mehr als ein Tor bauen sollen, Angriff, lasst unsere Mauer in Ruhe, no, Mauerbrecher von Clash of Clans, äh, alter, hä, halt for real, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, okay, hier sind die nächsten, auf die, den hier mache ich weg, no, die haben wieder eine Mauer kaputt gemacht, ja, siehs, auf sie, yo, wie viele, no, lasst mich, halt auf, okay, wir müssen schnell die Kanone holen, ja, Ziel bestätigen, let's go, komm, bam, weg mit euch, Piglins, lasst mein Gebäude in Ruhe, okay, es ist Zeit, die restlichen Killen, los, mein Golem, zack, zack, bam, bam, weg mit euch, weg mit euch, nice, ich habe auch irgendein Achievement bekommen, oder so, aber, keine Ahnung, let's go, Perfekt,